Die anderen wollen es so und ihr Wunsch ist mir Befehl. Seit dem Sommer 1958 ist in meinem Leben nichts mehr so richtig in Ordnung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, acht. In einer Zeit merkwürdige Verdrängungen und Geheimnisse. Ist das zu sehen? Nicht mein verdammter Ellbogen. Warte, warte, da ist sie. Er möchte heute bei den Nachbarn übernachten. Bei den Chandlers? Ich bin Meg. Ich bin David. Nebenan bei den Chandlers wohnen seit kurzem zwei junge Mädchen. Und? Oh, deine Cousine. Sie ist ziemlich geschickt und sie sieht echt niedlich aus. Was hast du da? Wir hatten einen schwingenden Unfall. Die beiden sind jetzt vollweisend. Mom sagt, Meg hätte Glück gehabt. Ich wollte bloß, dass ihr David geben. Sie ist etwas Besonderes, die Kleine. Mrs. Chandler ist bestimmt sehr froh darüber, sie bei sich zu haben. Wolfsmilchspinner. Ich fange hiermit an und ihr kümmert euch um den Rest, okay? Ich will das nicht machen. David. Hi Meg, wie geht's? Ich hab schon seit zwei Tagen nichts mehr gegessen. Ruth hasst mich. Die anderen auch. Sag's dir doch, ist mir doch egal. Schlampe, Elende. Deine Schwester ist eine alte Schlampe. Sie hat dauernd was zu meckern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hör auf, verdammt. Lass sie in Ruhe. Es ist nicht mehr spaßig, wenn deine kleine Schwester von jemandem geschlagen wird. Das wird dich lehren, dich nicht mehr an Kleineren zu vergleichen. Du hast die Bullen auf meine Mutter gehetzt. Der beste Rat lautet, misch dich nicht ein. So hält man sich aus allen Schwierigkeiten raus. Und? Hast du dir was überlegt? Was überlegt? Will wir Meg zu dem Spiel kriegen? Wir haben unser eigenes Spiel. Am besten du denkst mal über einiges nach. Über zwei Dinge genauer gesagt. Zum einen denke ich darüber, dass deine kleine Schwester statt deine hier unten hängen könnte. Zum anderen weiß ich von furchtbaren Dingen, die du getan hast. Und ich bin daran interessiert zu erfahren, ob sie stimmen. Dieses Spiel mit der Gesteherei ist vielleicht doch nicht nur ein Spiel für Kinder. Das heißt nichts weiter als... Ich erfahre es auf jeden Fall. Und zwar von einer von euch beiden. Denke in Ruhe darüber nach.